Junge Tunnel Rats Danke Ja 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 Mein Gott Nein Ihr dürft hier nicht vorbei Jaaa Wo willst du das denn? Au au Das hat mich jetzt wieder getroffen Glaub ich spinn du Okay wir sind in dem Gebiet jetzt Ja aber ich geh mal stark davon aus dass die hier unten irgendwo rum geistern werden Waffenkiste Waffenkiste? Ach ja das stimmt wieder um meine Ecke Oh ne Slag Sniper Und ne Rifle Ne ist auch ne Sniper Ah ich seh die Blumen okay Die nehm ich mal mit Siehst du die Blume? Eine hab ich schon Haha Lady lebt Klingenblumen Zwei hab ich Wow Drei hab ich Wie der kann schießen Die Kristallviecher können schießen Wusste ich aber jetzt auch noch nicht Wird naghaft ne? Ist ok Äh was Ja ich weiß Aber ich sitz jetzt hier grad da oben und Au okay ich bin unten weh existing Nummer zwei Halt Au hier Und Au Weg Ok ich sammle hier mal die ganze Kohle ein Und die lassen wir hier wieder ordentlich Nein! Rax! Meine Lieblinge sind wieder hier. Ach, was ist mein Mundspaar? Oh-ho! Ich gritt... Ich komme ja mit deinem hässlichen Fuß. Verdammt, warum ist der einfach schneller wie ich? Ich hab's ganz schön weit bis zu dir gerade. Warte, vielleicht schaffe ich's noch. Ich muss nur einmal um ihn rum. Bleib stehen! Nein! Bleib stehen! Nein! Ich sterbe! Wie schnell er ist, weißt? Aaaaaah! Ich bin gestorben. Junge. So, ich komme mal wieder zurück. So, drei Blumen hatte ich wie gesagt schon gefunden. Ja, toll. Ich bin hier wieder an dem Frinks Slack-Haus. Bin wieder am Slack-Haus. Ja, wir waren ja nicht so weit. Am... 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 Am Slaughter-Haus. Am Slaughter-Haus. Am Slaughter-Haus. Äh. Ich bin Talkstation. Ah, da hinten sehe ich noch eine. Die komme ich denn auf Slackhaus. Achso, weil ich Slack-Waffe gefunden habe. So, vierter Samen. Und wow, fucking... Ah. Die Skeks der Lüfte, Alter. Oh, Junge. Was? Die Rax, Alter. Skeks der Lüfte. Die Ratten der Lüfte. Mach kaputt, Junge. Oh, ist der Groß, Alter. Warum ist dieser... Oh nein, ich bin wieder runtergefallen wegen dem hässlichen Rack. Junge. Ah, lol. Wie soll ich denn da rankommen? Pizza. Und noch mehr Pizza. Irgendwo muss noch ein Stück Pizza sein, hier. Boah, Alter. Überall diese Kristalliten. Wo ist das letzte Stück Pizza? Pizza? Ach, da oben drauf. Leute, die sind da. Okay, down. Hä? Kriegen wir überhaupt noch? Oh, wir brauchen ein Stück Pizza. Und unsichtbar. Und... Nein. Komm her. Ja. Ja. Wieder neue Stärke. Kommst du denn her? Was ist das denn für einer? Du hässliche Laborratte, du. Alter, kommen voll viele. Ja, ey. Alter, ich auch. Übelst. Alter. Willst du mich eigentlich verarschen? Warum sammelt der das? Warum treffe ich denn nicht? Kommst du jetzt her? Alter, mach doch diesen hässlichen Rack kalt. Hau ab, Laborratte. Ach, hier. Fress eine Granate. Na toll. So ein Stück Pizza muss ich da vorne noch sammeln. Ich weiß noch nicht, ob ich mich da ankommen soll. Die sind voll stark. Die geben voll viel Erfahrung. Diracken? Nein, diese Laborratten hier. Die halten voll viel aus. Ein bisschen slaggen. Und dann schön mit Säure bearbeiten. Boah, Junge. Wie soll ich an das Stück Pizza da rankommen? Ja, sammle du mal schön Pizza. Ja, ich komm da oben nicht ran. Aber das ist ja ein bisschen... Junge. Ich geh mal wieder down. Na, stimmt. Okay. Okay, erst auf. Boah, wie viel coole Uhr. Geld, 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 Geld. Ich muss euch an... Das Stück Pizza da oben rankommen, Mann. Ja, warte, ich guck's mir gleich an. Welches Stück Pizza? Ich bin da 10.000 Mal runtergefallen. Zeig dir, wie ich an das... Das Stück Pizza rankommen. Ich muss mir hochgehen und dann nicht runterfallen lassen. Ja, muss man ja wohl, oder? Ja, ich... Scheint mir gerade die einzig mögliche Lösung zu sein, auf jeden Fall. Herrgott, nochmal. Wo ist das Stück Pizza überhaupt? Hol das Stück Pizza mal. Und dann... Wo denn überhaupt? Ja, wenn du nicht da runterfallen, das ist jetzt quasi unter dir. Warte mal, da, wo ich hinschieße. Hä? Ich seh's gar nicht. Da, da. Ah, ich seh's. Ja, okay. Das ist das letzte Stück Pizza, das du brauchst, Mann. Na, Zocchi? Na? Ah, Pizza! Ich hab sie. Perfekt. Hast du alles, um Lainey eine Gegengehirnwäsche zu verpassen. Weißt doch so, oder? Wo müssen wir dafür hin? Was? Was müssen wir... Okay, wir müssen ein Stückchen zurückgehen. Wir müssen Lady eine Gehirnwäsche... Oder Lainey. Wir müssen ein Stückchen zurückgehen für Lainey. Lainey. Lady. Der Lady müssen wir eine Gehirnwäsche verpassen. Das wird irgendwo hier vorne sein. Ich glaube, dass wir die Pizza gleich irgendwo hinlegen, ja? Ja. Ja, wir müssen die hier verteilen, oder? Ah, was ist los? Kann das? Ja, wir müssen die hier verteilen. Ah, da ist noch Pornhäftchen. Da liegen noch mehr Pornhäftchen rum. Oh. Danke. So, hier oben müssen wir hoch. Ja. Da, hier. Ah. Ah. Oh, oh. Ah, hört sich nicht gut an. Was ist denn das für eine freakige Tursi? Rattenfrau, ey. Eine Rattenfrau. Komm nachher. Welche Zwerge? Tursi soll man fertig machen. Jorge, orange, orange Waffe. Echt? Ja, hast du aufgenommen. Revolver. Revolver. Ja, ist nicht so. Hau mal raus. Darf ich mir mal angucken? 192. Boah, das ist schon schlecht, ne? Für den Revolver schon, ne? Aber wenn den haben wir jetzt, kannst du ihn meinetwegen haben. Ich würde ihn mir nur gerne angucken wollen. Äh, wie geht das dann raus jetzt? Wie schmeiß ich ihn nochmal raus? Äh, wegwerfen. Das ist ein kleiner Zwerg. Unheimlich. Der hebt Blut auf. Okay. Der hebt Blut auf, den wir nicht aufheben. Ja, zeig mal den Revolver. Ich will mal gucken. Ja, da. Da liegt er doch. Wo? Hier. Da. Boah, der ist schon nicht schlecht, ne? Eine Waffe, eine Kiste, aber nur Glas. Oh, das sind die Zwerge, wo er gemeint hat. Ja. Oh, wo kommt der denn jetzt wieder her? Sonst gibt's hier nichts. Was sind wir denn hier? Können wir jetzt hier alle abknallen, oder was? Nicht Teil der Mission, doch. Vielleicht gibt's hier was Geiles noch zum Holen. Komm her! Zack! Und tschüss! Wo? Oh, ihr redet ihn. Zack! Zack! Ah, du hässliche Tunnelratte. Boah! Sind die stressig alle? Das gibt's gar nicht. Wie stressig? Nein! Hielt Ratte! Okay. Quats! Auf Wiedersehen. Oder haben wir die Nervigsten hinter uns? Ich glaub. Okay. Ja, das war's. Mal gucken. Kommen wir in den Turm hier rein, oder was? Geht das? Gibt's den eigentlich an den Turm? Sieht nicht so aus. Und vielleicht gibt's da noch irgendwas Geiles zum Holen. Das ist kein Turm. Also, ja, irgendwas ist das auf jeden Fall. Auf jeden Fall geht's hier noch weiter. Und ich hab die, also hier, die Quest, die wir noch haben, die ist auf jeden Fall nicht hier, meine ich, oder? Ja, jetzt gucken wir uns da noch in den Tunnel hier um. Geht's da noch weiter, oder was? Am Stück für Stück wäre die nächste Quest. Nee, die ist nicht hier. Die ist nicht hier. Aber, äh... Aber hier sind Waffen, Kirsten! Eben, deswegen gucken wir ja auf jeden Fall mal junge Waffen jetzt. Komm her! Oh, der schlägt mich auch mit seinem Schwert. Du Drecksack! Bleib stehen! Du hässliche Fieldratte! Klau ihn mir nicht! Komm her! Okay, ich hab ihn. Ja, super. Dafür bist du jetzt down. Was haben wir denn hier? Eine mittelmäßige Pumpgun und... Ach, die kommen da raus! Guck dir das an! Der Drecksack! Die kommen... Das sind so Labor... Ja, die Laborraten sind wie die Schläger. Die sind ziemlich zäh. Wie die großen, dicken Psychopathen. So sind die circa. Ich glaub, die kommen hier aus diesen... Ja, was ist das hier? Aus diesen Löchern. Keine Ahnung, was das hier ist. Ja, und ich glaub, die hausen hier drinnen. In diesen Ohren da. Oder was ist das auch immer? Junge, ich bin voll, ne? Du bist voll. Wenn da was Gutes kommt, muss ich definitiv Badass zeigen. Oh, wirklich. Hast du denn einen Revolver jetzt ausprobiert? Ist der gut? Das ist ein richtig guter Säure-Revolver auf jeden Fall, ja. Säure? Ja. Okay. Wow! Haust du ab, Junge. Zack. Oh, Alter. Mit seinem Tomahawk oder mit seinem Rohr. Tomahawk. Au. Ich bin down. Uh, hässlicher Freaker, ey. Hier. Warte, warte, warte. Nein, nachladen. Schnell. Ah, okay. Bin wieder da. Was haben wir denn hier? Oh, Granate. Interessant. Ja, Alter. Am besten mal, da geht's dir nämlich noch. Alter, das ist ja riesig, ey. Und hier kommst du die Nächste. Granate! Ich nutze auch mal ein bisschen Granate. Ja. Boom. Ach, komm schon. Komm her. Du hilfst mir zur neuer Stärke, mein Freund. Komm. Noch mal eine Granate. Ciao. Wie sieht's denn jetzt? Ich hab mir mal ein paar Classmots rausgeworfen. Da sind noch zwei für dich dabei. Weil das ist wirklich mein Tabo. Das ist welche, die ich eh nicht benutzen kann. Da ist auch eine für dich dabei. Kannst ja mal gucken. Wo denn? Hier hinten, wo ich stehe. Ich muss den grad aufräumen, weil ich echt keinen Platz mehr in meinem Inventar hab. Deswegen hab ich jetzt mal vier Mods raus, Dinger da rausgeworfen, die ich sowieso nicht brauch. Ja, ja. Ich schmeiß mal. Ich nehm mal alles mit, weil ich bin nicht voll. Boah, auf jeden Fall noch eine Speichererweiterung als nächstes. Die hole ich mir, weil wir in Sanctuary sind. Ja, wir haben ja viel Aridium in der Zwischenzeit gefunden. Ich find die andauern irgendwie geilen Skin-Anpassungen. Da muss ich auch mal gucken. Nachher werden schon zwei Lieder eine Skin-Anpassungen gefunden. Okay, wir sind jetzt wieder beim Slack. Dingsbums. Ich steuere. Oder? Nee. Wir sind ganz woanders. Sicher? Junge? Das ist alles neu, alles neu. Alles neu. Ja, alles neue Sachen. Kann ich mir aber vorstellen, dass hier dann... Was, das ist ein Schnellreisepunkt. Hier ist ein kleinen Speicherpunkt, den hole ich aber gerade eben. Den haben wir schon. Ich hoffe, hier wurde auch gespeichert. Auf jeden Fall sind das neue Gebiete, wo wir bisher noch nicht waren. Oder neue Ecken in diesem Gebiet. Alter, dein Geschütz geht voll ab. Die Raketen sind geil, wie er jetzt feuert, ne? Ja, aber der trifft ihn nicht, weil er da hinter den Kisten die ganze Zeit stand. Ich weiß nicht, dass die Kisten davor steht. So. Oh, ich muss mal eben weg, damit es nachher hat mir die ganze Zeit stand. Oh, Junge. Kommt her. Schön explosiver Schrot. Extra für euch. Oh, was haben wir denn hier? Ey, boah, ich glaube... Langsam... Ja, ich werde mit dir... Wir müssen hier nachher nochmal hin. Habe ich irgendwie so das Gefühl. Ah, keine Ahnung. Wir kriegen noch eine Quest. Kämpfen wir uns vielleicht nochmal hier durch. Ja, jetzt kämpfen wir uns hier durch und dann müssen wir doch hier in den Quest holen oder so. Ja, scheiß drauf. Ja, egal. Kämpfen wir uns hier durch. Ja, jetzt können wir richtig geil aufleveln. Außerdem, was haben wir hier schon ein geiles Zeug gefunden jetzt. So dicht. Ja, ja. Brenn du schön. Jetzt brenne ich ja auch. Was ist er denn? Ach so, er ist tot. Hä? Du auch? Ja. Aber komischerweise einfach so umgefallen. Ach, bleibt doch mal stehen. Hüpft doch mal nicht so rum. Lasst euch mal umbringen. Verdammt nochmal. Junge. Okay. Ah. Warte mal. Was ist da oben? Eine gute Deckung zumindest. Jetzt kann ich eben ein bisschen Snipern. Ich bin doch noch ein bisschen auf den Sack heute. Junge. Verrückte Mongo. So. Kann doch kein Mongo kloppen, Junge. So. So. Äh. Naja. Hier diese Eiskulpturen geben alle gerade ein bisschen Kohle. Ist auch nicht schlecht. Was ist denn los? Dann mach ich das kaputt. Oh, was willst du denn jetzt? Ach, nö. Oh, nö. Okay, bin wieder da. Das ist eine Kiste. Ja. Na, Prost. Das ist eine Kiste. Also mal Feuerwaffen. Schieß mal drauf. Ja. Kriegt das was? Nee. Oh, Iridium. Cool. Das hat nichts gebracht. Hä? Ah, gehört vielleicht zu einer Mission, wer weiß. Ja, kann sein. Aber ich glaube, jetzt haben wir alles. Das war das ganze Gebiet. Warte mal. Ach, nee. Wir sind... Ganz woanders. Junge. Boah. Wir sind da jetzt hier so voll durch und... Ah, egal. Wollen wir jetzt weiterlaufen? Ja, klar. Jetzt sind wir sowieso schon... Fast durch. Fast durch. Und hier tauchen sie wieder plötzlich aus. Ei, auf. Aus dem Nichts. Diese Tonne ratten. Und gehen mir wieder mal... Tierisch auf den Sack. Komm her. Wer ist stärker? Du oder ich? Aber warum ist der jedes Mal stärker? Nahkampfwaffe ist schon eher drauf. Auf, das suchst du jedes Mal. Ja. Ich habe auch Nahkampfwaffen, die ordentlichen Schaden machen. Komm her jetzt. So, tot. Neue Stärke. Boah, mein Geschütz ist so mega krass jetzt, ey. Übel. Das rotzt alles weg. Stirb. Das rotzt alles weg, das Ding. Ist doch super. Ich gehe mal hier lang und gehe mal Richtung Quest, wo wir eigentlich hier müssen. Ich habe irgendwas eingesammelt. Ja, verlorenes Echo. Was ist denn mit dem los? Das ist eine Laborratte. Die sind so halbe, halbe Zombies schon. Was ist das Gute eigentlich mit so einer? Das habe ich auch noch nicht verstanden. Das war ja mal eine normale und rutscht dann echt so eine, meine ich. Boah, die rutscht noch hoch. Ja, ich bin da. Der belevelt hier gerade richtig krass auf. Super. So, ich gehe jetzt aber mal Richtung Quest hier langsamer. Ja, wir sind so fast in der Nähe. Du hast recht. Boah, du bist schon wieder down. Aber mein Geschütz schlägt so lange, ob ich das nicht fühle. Wir müssen hier los. Aber hin. Weg mit dir. Warum hat der immer mehr... Alter, was ist jetzt los? Was? Ich habe hier gerade ein bisschen Frame-Einbrüche. Ja, aber das war bei mir gerade auch kurz. Da geht nämlich echt einiges auf dem Bildschirm gerade ab. Nee, bei mir ja nicht. Und das ist es ja gerade. Läuft es wieder? Ja, ja. Und nur so kurze. Okay. Wir müssen irgendwie hier rauskommen wieder jetzt. Mal langsam. Ich bin voll. Ich habe ja mal Zeit. Ja, hier ist ein Fahrstuhl. Komm mal her. Wie, die Kids? Keine? Okay.